Dann mache ich jetzt auch mal Aufnahme an, weil ich geistig behindert bin. Okay. So, Aufnahme läuft, lol. Haller, lol. Wenn die Zuschauer nicht sehen, was wir hier machen, sind sie eh behindert. Das sind ja auch so, wenn sie das schauen. Stimmt. Grüße gehen raus an alle, die das gerade sehen. Und jetzt legt eure Karte. Ich schreibe Hashtag Festerdurchfall in die Kommentare. Ja, alle Hashtag Festerdünsch ist in die Kommentare. Das ist jetzt allgemein der Hashtag für alle Videos, die ich nicht alleine aufnehme. Äh, ah ja, die Frage. Ich weiß, dass du es bist, aber was bin ich? Offensiv. Ja, auch hier nochmal dir nachträglich, ein frohes 9-11 nur. Fängst du, Bomber? Ja, das war so toll. Wir haben einfach am... Ach nee, fängst Osama lieber. Am Freitag in der Schule. Es gab keine Gedenkminute oder so, wie man vielleicht denkt. Es haben sich einfach nur alle mit frohen 9-11 begrüßt. Ich war mit dem Tag in Quarantäne. Yay. Weil du irgendwann in der Schule Corona hatte. Ja, nice. Ähm. Jetzt wähl mal die andere Karte aus. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja. Die sind beide scheiße. Die passen beide nicht zur Frage, aber natürlicher Selektion... Was soll da überhaupt zur Frage passen? Keine Ahnung, Merkel. Schade. Ach so. Ich war leider... Ich bin mir sicher, es hätte... Ich bin mir sicher, es hätte... Ich bin mir sicher, es wäre ich einfach zwei Tage früh... Hätten wir zwei Tage, zwei Tage früher noch. Letztes Nacht habe ich irgendwas als Gleitmittel gewendet. Es endete nicht gut. Was hab ich für Kartenhilfe? Ich muss das nehmen. Was zum... Ich hab die perfekte Karte. Los, Noah. Also... Also... Äh... Eier. Letzte Nacht habe ich schon jedenfalls Gleitmittel verwendet. Ich nicht. Und außerdem noch die nährische Traubensoda, die so schrecklich ist, dass sie schwören, es sei Warnisch. Okay, das auf jeden Fall. Jawoll! Ich habe es geschafft, zu vermeiden. Alles Dank. Ich glaube, du hast du Spaß. Ja, bisschen Zeit, mein Jede Wurensohn. Nichts da Zeit. Ja, du Mutter. Nein. Oh mein Gott, ich habe so viele absolut fantastische Karten, aber keine passt davon. Geht mir genauso. Ich mach hier was ganz Tolles. So. Ich habe es geschafft, ein Fleisch... Ein Fleischeis am Stil zu vermeiden. Alles Dank... Selbstmess. Ja. Ich... Ich... Es passt irgendwie nicht. Wegen Selbstmess würde man sowas eher essen. Ja. Selbst hast du es eine Religion. Ich habe es geschafft, Doggy Styles zu vermeiden. Alles Dank. Oh nein. Ich will das Bild nicht sehen. Es lädt... Warum war es klar? Ja, ich habe es gerade auch noch gesehen. Warum war es klar? Ich habe die Liste des Weihnachtsmeisters... Schon wieder doppelt. Warum doppelt? Ja, also Doppelfrage halt. So. Zwei Antworten. Nachdem sie haben, erhalten sie... Ich verstehe nicht mal die Frage. Dann mach eine neue. Ja, mach ich auch. Ich verstehe die nicht mal. Ist das Gehe... Ist im Gehe... Was? Achso, es ist eigentlich Fleisch. Es sieht aber nicht so aus. Es ist so... Wir verheimlichen die so. Im Geheimen... Okay. Was ist das für ein Deck? Welcher Hurensohn? Diese Karte ist so dumm. Ach, nimmt kein anderes, oder? Ich will... Ja, mach nochmal eine neue Frage, die ist auch scheiße. Ich habe was. Okay, dann habe ich auch was Dummes. Sehr gut. Dandi. Dandi ist im geheimen Fleisch, sage ich jetzt so, wie es sein sollte. Und... Aber sollte er vielleicht isst, also essen, stehen? Biiiis! Das ist jetzt die Frage. Biiiis! Ja, so oder so. Ich denke, so brauchen wir. Meine Fresse, Gandhi. Das heißt, wir gehen Gandhi. Vieles. Nur nichts Wirksames. Der Oscar für irgendwas geht an irgendwas. Oh, das sind... Das kann man, glaube ich, was Schönes machen. Das ist eine gute Frage. What the fuck ist diese Karte? Okay, ich bin gespannt. Dafür braucht man einen Nobelpreis. Ich meine, ich habe keine Ahnung, was ich beim zweiten hinmachen soll, aber fürs Erste habe ich was Tolles. Und der Oscar für Oscars bekommen. Ich habe das Beste gefunden, was ich hätte bekommen. Okay. Ich hätte das Beste. Da hast du jetzt auch mal was fürs Zweite. Danke. Also der Oscar für... Eine Takt... Geht an dein Futter. Ja! Okay. Und der Oscar für die schlechteste Toilette in Schottland geht an McDonnell. Oh, nicht schlecht. Alter. Der Toilette ist ja gar nicht so ranzig, wie er erwartet. Das ist ja wirklich nicht. Ja. Aber das hier auf jeden Fall. Schade. Schade ist nach mir so, ey. Ich habe nur die schlechteste Toilette in Schottland gesehen, sonst hatte ich nur Scheiße. What the fuck? Thomas wäre endlich gekommen, um eine Homo-Ehe zu akzeptieren. Aber er ist und wird immer noch gegen jemanden sein, der mit mhm verheiratet. Es ist einfach falsch. Alter. Nimm doch eine andere, die es nicht. Nein. Die Karte ist an sich cool. Die ist Scheiße geschrieben, aber an sich ist die Karte gut. An sich ist ganz netter. Meine Fresse. Boah, nur habe ich wieder nur Scheiße auf der Hand. Schön für dich. Ich habe die ganze Zeit diese Karte ein cooler Hut, die habe ich jetzt schon zum zweiten Mal gelöscht und in allen anderen Spielen habe ich sie auch die ganze Zeit. Geil. Hast du Leander gelegt, Noah? Nein. Wow. Sicher? Leander! Leander! Alter. War so klar, dass du es dann... In tausend Jahren, wenn Papiergeld nur eine entfernte Erinnerung ist, wird unsere Währungs-Ecken... Ja, die Frage ist doch toll. Oh, die ist aus dem... Ah ne, die ist noch nicht aus dem German-Deutsch-Deck, sondern aus dem Deutsch-German-Deck. Oh. Krass. Ganz extrem. Ich habe das Beste aller Zeiten. In tausend Jahren, wenn Papiergeld nur eine entfernte Erinnerung ist, wird... Sahne steif. Alles klar. Was ist das? Ich muss jetzt gucken. Ja, das machst du so in Sahne rein, damit die halt so nicht mehr so flüssig, sondern eher fest... Oh, so ein Scheiß! Das stelle ich mir sehr gut als Währung vor. Ja, ich auch. Es ist ein Pulver, also es passt. Oder... Oh mein Gott! Das reine Keim- und Qualitätsziegel! Und Qualitätsziegel! Oho. Was ist das? Was ist das für eine Scheißfrage? Wie hast du denn neue Frage gemacht? Das Blip sei Thema des nächsten Jahreslautes Blips. Ich habe absolut keine Ahnung, was das sein soll. Das können wir machen. The Legend of Zelda. Warum steht bei mir abspielen, statt irgendwie auswählen oder so? Ja, wahrscheinlich hat Google Select für dich übersetzt. Ja, so richtig dumm. Automatisch. Die Karte kann ich gut nutzen. Los, Jan! Du schwanger Gemilch. Ich bin fast fertig! Aha, er schreibt was. The Legend of Zelda. Und das Geheimnis, der wirklich hässlich stimmend prostituiert wird. Na, da dürfte kein UND sein. Äh. Ich mache nur meinen verdammten Job, Arschloch. Okay. Das war das Bessere. Also, ich finde, das ist besser. Jawohl. Jan, du hättest kein UND dazu machen sollen. Ich finde, das passt nicht in so einen Zelda-Titel. Hast recht. Wenn falsch ist, möchte ich nicht richtig sein. Oh, packt euch das. Packt euch den Scheiß rein, meine Bärten. So. Die Karte wollte ich die ganze Zeit schon legen. Die Karte wollte ich die ganze Zeit schon legen, dann mache ich das im Saal. Hehehe. Wenn... Ihr Kinochologe, der jetzt Pappabstriche mit einem 24-Zoll-Dildo mit zwei Köpfen durchführt, falsch ist, möchte ich nicht richtig sein. Ist ein bisschen zu lang, meiner Meinung nach. Wenn... ...deine Mikro-Welt-Tapel, ja. Ja. Oh, Mann. Einfach nur ja. Zumindest will ich die Karte mal los. Aber ich merke mal... Ich merke mal... Alter, diese Karte. Wo warst du? Digga, dieses eine Deck ist richtig scheiße. Das mache ich raus für die nächste Runde. Wir haben ständig das eine Deck. Sie ist Deutsch-Untertrich-Sterven-Deck? Nein, das ist D-E-Default. Ach so. Das sind hier welche langweiligen Fragen. Ja, mach mal weg dann. Ja. Da hat man sehr viel Freiraum. Die Frage kommt aus dem Deck, aus dem ursprünglich das reiner Keim- und Qualitätssiedel stammt. Als ob du weißt, welches Deck das war. Ich weiß es nur, weil... Hattest du das eigentlich auf der Hand oder selbst geschrieben vorhin, Jan? Das hatte ich auf der Hand, als ich das... Ach, Noah warst du. Nein, nein, das war ich. Ich hatte es auf der Hand. Ja, eben. Da stand das unten. Das war aus dem Deck. Ach so. Ich weiß, dass wenn man es genauso schreibt, wie es im Deck ist, steht das auch, wenn man selbst geschrieben hat unten, aber... So, ähm... Ja, genau. Mach mal. Charisma plus Vulgarität... Äh, gib... Was? Hä? Also, irgendwie stimmt's ja. Nee, eigentlich kein Charisma. Eigentlich überhaupt nicht. Vulgarität vielleicht schon, aber... Ähm... Fetzi, die lustige Landmine. Plus noch ein Schwertkämpfer in Smash. Äh, gib... Okay, ja, da hast du recht. Da hast du recht. Fetzi, die lustige Landmine. Fetzi! Das neue Abenteuer von Pipi-Dankstrump und... Was ist das? Ich hab was gefunden, das passt. Das passt so. Ich muss erst mal gucken, was ich hier überhaupt nicht will. An den Scheißkarten. Äh... Ja doch, nehmen wir das. Also, das neue Abenteuer von Pipi-Dankstrump und... ...freiwillige Vergewaltigung. Und... Äh, das widerspricht sich. ...4 Schüsse Tequila. Äh... Wow. Ja! Hoch lebe die freiwillige Vergewaltigung! Das widerspricht sich! Ja! Deswegen ist... Ein Löffel... ...hilft dem... ...unterzugehen. Ich weiß es. Wenn einer von euch Arschhörer schreibt, hat der verloren. Warum sollte man? Ich wollte es so angemerkt haben. Ich weiß nicht mal, warum ich das sollte. ...zwangs, warum nicht? Also los! Ich hab absolute Scheiße, deswegen mach ich jetzt meine ganze Hand weg und hab Random Karten selected. Okay. Krass. Ein Löffel... ...natürliche Selektionen hilft... ...duft weg, deren Humor aus. Ja, das sind Random Karten. ...sonder ankommen. Anchorman. Das sind wirklich... ...random Karten. Ich hab zu... ...okay. Ein Löffel... ...Eisberg... ...hilft dem... ... ...ja... ...das ist zu gut. Das war wichtig. Ein Löffel... Scheiß auf die Regeln, ich hab... ...wow, das ist mal ne Karte aus dem Set, die ich gut find. Scheiß auf die Regeln, ich hab mehrere Stichwunden. Schön. Okay. Wer hat gefragt? Fick dich. Scheiß auf die Regeln, ich hab... Okay, ja. Fucking hell. Alles, was I left it, hat es einfach... ...wann ich hatte mehrere Stichwunden, wer würde euch freuen. Na, ist langweilig. Ich bin froh, dass sich einer von uns daran erinnert hat. Äh, das hätte irgendwas sein können. Soll ich skippen? Ja, skippen. Skip. Weiße Menschen sind wie... Oh, da hab ich ne ganz schöne Karte. What the fuck? Okay, äh... Ich hab so dumme Karten! Hilfe! Ja, ich hab auch nur Müll. Ich hab ja gemerkt, da haben wir nicht spezielles Weiße Menschen immer auf Deutsche, weil dann schippt das. Ich wollt eigentlich erst was anderes legen, aber dann nehm ich das hier. Weiße Menschen sind wie die Minderjährigen Zwingstöchter des Polizeichefs, okay. Was? Und? Die sanfte Bieten von Autofoten sind an der Rohre. Ja, also so sind die. Ja! Würde ich sagen. Alter, Jan, du entscheidest jetzt, wer die Runde gewinnt. Ich hab... Vergib mir, Vater, ich habe... Ich hab die beste Karte, ich hab gewonnen. Forgive me, Daddy, for I have sinned. Vergib mir, Vater, ich habe... Vergib mir, Vater, ich habe... Ich hab die Karte gerade da unten gehabt und wusste... Ich habe gewonnen. Ich hab die Karte gerade da unten gehabt. Ja, ich hab gewonnen. Ich hab die Karte gerade da unten gehabt und wusste...